Ja, das war ich da. Jetzt können wir Zeug verkaufen. Du kaufst Weißmagie. Gut. Du kaufst Elementarmagie. Du kaufst Truhen und Questgegenstände. Nö, die zweite Diebesklaube will ich nicht verkaufen. Die Rose auch nicht. Also nur das Herz und die Rune hier. So, du. Mentalmagie. Hm. Egal. So. Du kaufst normales Zeug. Dann gucken wir mal, was wir verkaufen können. Also bis auf zwei H7-Siebel können wir alle verkaufen. Und ich denke mal, alles, was... Ah, das ist gute Frage. Was können wir noch verkaufen? Alles, was wir doppelt und dreifach haben, können wir verkaufen. Also zwei von den Keulen können wir mal verkaufen. Also da ist Mondkling. Die können wir verkaufen. Die Mana-Kugeln. Da halten wir mal zwei. Zwei von den Dolchen. Von den Dolchen können wir mal zwei behalten. Von dem hier verkaufen. Ach, Meteor ist ein anderer Hammer als der da. Ja, Tabula Rasa und ein leichter Kampf durch. Und Stab des Himmels können wir jedenfalls einverkaufen. Dein Tod können wir einverkaufen. Bögen können wir und Ambrüste können wir alle bis auf einen verkaufen. Schilde. Nur aus Mantel können wir welche verkaufen. Ordensrüstung können wir ein paar verkaufen. Strahlende Roben und Robe der Ewigkeit verkaufen wir welche. Einen von Tiaras goldenen Panzern. Die Rüstung der Schwertmeister. Einige Wänder. Die Literierrüstung können weg. Von denen können welche weg. Die Rüstung der Wacht können wir alle verkaufen. Robe der Zähigkeit ebenso. Goldzeitenrobe ebenso. Von denen behalten wir mal zwei. Reichsmagierroben können wir verkaufen. Die können wir theoretisch bis auf einmal alle verkaufen. Die können wir theoretisch bis auf einmal alle verkaufen. Ja was ich eigentlich nicht verkaufen will sind Setzsachen. Ah hier ist noch so viel zu verkaufen. Wo waren wir stehen geblieben? Hier. Die können wir verkaufen. Können wir auch bis auf eins verkaufen. Bis auf eins. Ihren Stiefel behalten wir mal. Ja Aroneer's Macht sollten wir auch nicht unbedingt verkaufen. Glänzende Beinlinge können wir ein paar verkaufen. Drachenlederhose können wir zwei verkaufen. Rotleder Beinlinge. Beinpanzer der Elite. Die können wir eigentlich... Eigentlich alles was wir hier haben. Bis auf die hier. Können wir verkaufen. Und auch die können wir verkaufen. Zerbushelm. Voraussetzung Stufe 3 ist die Wendlichkeit. Die Dillizenz und Karre ist meist gar nicht mal so schlecht. So. Und Zerbushelm brauchen schwere Kriegskunst. Also behalten wir mal einen. Zerbushelm. Zerbushelm. Die behalten wir beide. Gleich die Kriegskunst können wir einen behalten. Abenteurer Kappen behalten wir mal zwei. Ein Bernsteinhelm kann weg. Ein Pantherhelm kann weg. Ein Totenhelm kann weg. Ein Totenhelm kann weg. Ein... So. Noch eine Abenteuerkappe weg. So eine grüne Maske kann... Können zwei weg. Ein Turnierhelm kann einer weg. Ein Turnierhelm kann einer weg. Von denen können drei weg. Von denen zwei. Und eigentlich so gut wie alles was wir jetzt hier drunter haben, kann weg. Weg. Außer die beiden hier. Oh. Kritische Treffer. Den behalten wir auch mal. So. Ringe. Beliebige Magieart. Beliebige Magieart. Ring der Wächter. Blizz. Ach da ist Blizz gelandet. Ne. Blizz brauchen wir nicht. Der kann weg. So toll ist der nicht. Von denen können wir auch zwei verkaufen. Von denen können wir drei verkaufen. Gezeitenringe brauchen wir auch nicht so viele. Blutbänder reichen auch zwei. Die Gottestränen behalte ich mal alle. Welten Spangen mal auch. Ring der Lebenskraft. Der bringt sowas von überhaupt nichts. Der kann komplett weg. Rote Sterne behalten wir mal. Sonnenlicht können wir auch zwei erstmal behalten. So. Und das sollte erstmal aufräumtechnisch reichen. Jetzt sind wir auf wieviel. Dinger runter. Fünfzehn. Mal gucken wem ich nachher Servusrüstung gebe. Ob ich sie meinem Fernkämpfer dann gebe. Wer der Fernkämpfer überhaupt die tragen kann. Wer der Fernkämpfer überhaupt die tragen kann. Ähm. Ähm. Ja. So. Jetzt gehen wir zum Puppenspieler als nächstes. Puppen verkaufen. Puppen verkaufen. Was kann dieser Bescheid... Ähm. Vorher bitte speichern. Nicht dass es wieder abschmiert. Gut. Was kann dieser Bescheid sein? Zu diesem Hadeko-Spiel. Ja? Ich möchte euch eine Puppe verkaufen. Für einen Trickster zahle ich 700 Goldstücke. Für Schatten, Mentor und Torwächter je 1000 Goldstücke. Für einen Helden 1500 und für einen Erzmagier 2500 Goldstücke. Ich möchte diese Puppe das natürlich hier zu diesem Hadeko-Spiel. Ich möchte für einen Helden. Ich möchte diese natürlich zu die ja. Ich möchte natürlich zu diesem Hadeko-Spiel. Das wiederholte ich jetzt ein paar Mal. Für... Ich möchte wie ihr wollt. Zu dir. Ich... Für einen... Für... Ich mö... Da... Zu dir. Ja? Ich... Für einen... Für... Ich möchte hier. Zu... Ja? Ja? Ich... Für... Für... Ich möchte hier. Ja? Zu diesem... Ja? Ich... Für einen... Für einen... Ich möchte diese... Aber gern. So... Zu diesem... Ja? Ich mö... Für... Für... Ich mö... A... Zu diesem Hadeko-Spiel. Ich... Für... Für... Ja? Dies ist... Besonders selten. Ich zahle gerne... 2000... Zu dir. Ja? Ich mö... Für... Für... Ich mö... A... Gut. Damit sind wir... Die Hadeko-Puppen los. Wir können schon mal das hier hin packen. Allen? Genau. Knife sometimes bei Tea. Und... Yeah? fishes wegen deux! Ja? Eine Einsage... Die. Dann kann ich... Vielen Dank.